Servus Leute, mein Name ist Leighton und ich begrüße euch ganz herzlich zu einem weiteren Video hier von mir auf meinem Kanal. Diesmal ein nachkommentiertes Video von KSP und es ist nicht nur ein Video, es wird eine ganze Videoreihe. Und ja, hier ist einfach mal eiskalt Deadly Remote am Start. Deadly Remote heißt die neue Serie, ich hoffe, dass ich die Playlist auch pflegen werde einigermaßen. Und warum heißt das Ganze Deadly Remote? Nun, das kann ich euch ganz einfach beantworten. Diese Serie setzt sich zumindest am Anfang jetzt aus zwei Mods zusammen. Deadly Reentry Effect und Remote Tech. Diese beiden Namen zusammen, Deadly Remote. Fand ich ganz nett den Namen, auch wenn er nicht wirklich eine Bedeutung hat, aber ich mochte ihn. Deswegen blit ist es wahrscheinlich, wenn ihr nicht einen besseren Namen dafür findet, auch der Name für diese Serie bleiben. Deadly Remote ist so ein bisschen, ja, man könnte sagen, abgekupfert von Scott Mendes Interstellar Quest. Allerdings nicht hundertprozentig, weil es halt nicht genau die gleichen Mods, gut, es sind nicht so viele Mods wie bei Scott. Ähm, ich möchte allerdings, dass ihr mir Tipps gebt für gute, wirklich gute, realistische Mods. Ich möchte hierbei kein Crap wie Cheat Engine, Warp Drive Engine und so ein Zeug. Äh, und bitte nicht dauernd Keith Aiden Mod, bitte posten. Ich bitte euch Leute, den kenn ich. Ich bin auch schon am überlegen, den reinzubauen. Ähm, nur das Problem ist halt, äh, ja, es sollten auch Mods sein, die möglichst im Endstadium von KSP, äh, ja gut, das ist mir die Antenne abgefallen, ich bin echt doof. Die im Endstadium von KSP, ähm, zur Geltung vor allen Dingen kommen, denn die frühen Anfänge habe ich schon aufgenommen. Von dem her, wenn ihr andere Ideen habt und ihr das gerne hättet, ich bin momentan am überlegen, diese Serie jetzt einfach mal durchzuziehen bis zum gewissen Tech-Tree-Ende und dann danach, nach diesem Tech-Tree-Ende, ähm, also nachdem ich halt sage, ach, jetzt möchte ich noch was anderes machen, neu, dann zu warten bis KSP 0.23, äh, also bis zur nächsten Patch-Version halt von KSP, gegebenenfalls zu warten. Und wenn die dann draußen ist, bin ich am überlegen, ob wir dann einfach sagen, hey Leute, wir machen jetzt, äh, KSP mit Mods und allem drum und dran, ähm, äh, auf der neuen Version und ihr dürft die Mods dann vorschlagen. Wenn euch das gefallen würde, bitte alles in die Kommentare posten, ähm, wie gesagt, es sind immer gern gesehen Kommentare, wo ihr mir Mods empfehlt, aber bitte empfehlt mir nicht unter jedem Video die gleichen Mods, also, äh, vor allem nicht die gleichen Personen. Es ist manchmal ziemlich lustig, wenn man dann halt irgendwie, ich lese alle Kommentare, Leute, das könnt ihr mir ruhig glauben, ihr braucht da nicht irgendwie zu denken, nur weil das Video irgendwie drei Tage alt ist, dass ich die Kommentare schon nicht mehr lese. Es kann sein, dass ich meistens, meistens antworte ich auf ganz alte Videos, die zwei, drei Monate alt sind und zum x-ten Mal das gleiche Kommentar kommt, da antworte ich nicht mehr. Beispiel, äh, Satelliten-Tutorial, wo mir Leute dann zum x-ten Mal gesagt haben, dass ich recht hatte, dass der Mond wirklich ein Satellit ist und so, ähm, ja, da hab ich irgendwann nicht mehr drauf geantwortet. Ähm, aber auf jeden Fall, ja, könnt ihr mir gerne in die Kommentare posten, ich lese das natürlich, ähm, gegebenenfalls werde ich antworten, ich kann nicht immer auf alles antworten, das wäre ein bisschen viel und das wäre, dann würde ich mir auch als Zuschauer, hab ich schon mal erklärt, glaube ich, verarscht vorkommen, äh, wenn ich immer auf die gleichen Kommentare, äh, auf ähnliche Kommentare mit genau der gleichen Antwort antworte, dann sieht das so Copy-Paste-mäßig aus, das mag ich nicht. Egal, wir wollen in dieser Serie, ähm, viele Sachen besprechen, die Parts werden ungefähr 20 Minuten lang gehen, ich kann das jetzt nicht genau sagen, wie lang, ähm, und ja, gegebenenfalls nutze ich auch die neuen schönen Fähigkeiten meines neuen Renderprogramms Adobe Premiere, ich bin voll glücklich damit, ähm, ja, wir werden viel über KSP reden und viel über Satelliten reden, das ist so ein bisschen mein Plan davon, allerdings jetzt noch nicht in der ersten Folge, denn die erste Folge, dient erstmal zum Erklärung des Projektes, so ein bisschen eingewöhnt, ein bisschen die Leute natürlich darauf hinweisen, äh, ich denke allerdings, ich werde dann so ein paar Sachen erwähnen, die vielleicht ihr auch noch gar nicht bei Scott Manley gehört habt, beispielsweise habe ich mir schon rausgesucht, das Thema der erste Satellit, der von, ähm, den Deutschen ins Weltall geschickt wurde und wie der da hinkam, äh, das allerdings erst in die nächste Folge, dann mit Stichwortzettel, dass ich da auch wirklich ein bisschen was zeigen kann. Viel vorgespult wird in dieser Serie übrigens nicht, tatsächlich werde ich, äh, nicht mehr alles auf grundsätzlich 400% vorspulen, denn a, dadurch geht sehr viel Zeit verloren, meiner Meinung nach, also viele Videos, also praktisch, wenn ich 400%, alles für 400% vorspule, verliere ich bis zu vier Folgen theoretisch, KSP, beziehungsweise, also in dem Ding spüre ich jetzt meistens so, äh, doppelt so schnell vor, manchmal wird es viermal so schnell, wenn wir ganz, ganz langweilige Dinge machen, ja, äh, beispielsweise, wenn ich jetzt, äh, anfange hier, Raketen zu docken und das geht halt sehr lang, weil ich irgendwie nicht richtig, äh, es alles nicht richtig bedacht habe oder so, dann vielleicht mal ab und zu ein paar Docking Sachen, äh, aber, ja, ich weiß nicht, ähm, zu viel, zu schnell vorspulen würde bedeuten, dass ich auch mich ein bisschen gehetzt fühle, denn da hört schon wieder von einem Thema ins nächste und eine Rakete nach der anderen fliegt hoch und da verliert man schnell den Überblick. Ich möchte das Ganze ein bisschen ruhig angehen lassen, deswegen ist hier auch sehr vieles in normaler Geschwindigkeit, äh, drin, nicht, dass, äh, Premiere das nicht schön vorspulen könnte, ich möchte einfach nicht. So, jetzt gehen wir mal darauf ein, was ich hier gerade mache. Ich bin nämlich hier gerade so ein bisschen am Bauen von, ähm, ja, mit der X-Taste kann man übrigens Symmetry anbauen, äh, anmachen, also größer machen im Baumodus. Äh, ich bin hier gerade am Bauen von einer Rakete, die, ähm, einfach mal ein bisschen die unteren Atmosphäre-Schichten erforschen soll, denn wir möchten natürlich den Karrieremodus machen und deswegen fliegen wir möglichst weit nach oben. Ich hab irgendwie in diesen ganzen Aufnahmen des Sessions noch nicht dran gedacht, einfach mal meine ganzen, sorry, tut mir leid, ich hab einen kleinen Schluck auf, äh, die ganzen Mystery-Guteile auch mal in eine Action-Group zu setzen, das wäre wahrscheinlich etwas passender gewesen, äh, werde ich vielleicht demnächst mal, was ist denn jetzt los? Dieser scheiß Schluck auf. So, ähm, ja, wir werden dann, also wenn ich das nächste Mal aufnehme, hoffe ich, denke ich dran. Ich versuche hier verschiedene Binome zu erforschen, binomische Formen, also Bion, binomische Formen, also Bionome, ich, oh Gott, der schlimmste Sprachfehler, glaube ich, den ich habe. Ich kann nicht Bionome und Bionomen auseinanderhalten. Irgendwie sowas. Also, schrecklich. Es wurde mir schon so oft in den Kommentaren geschrieben, ihr könnt es mir gern wieder schreiben, aber ihr könnt davon ausgehen, dass das nichts bringen wird, weil ich einfach es schon so oft falsch gemacht habe. Egal, wir versuchen jetzt die nahegelegenen Umgebungen zu finden und, äh, einfach mal da ein bisschen Research zu machen und so. Und ja, wie gesagt, es werden bestimmt einige sehen, dass das ein bisschen ähnlich ist wie Scott Manley's, äh, Interstellar Crest. Natürlich gucke ich das, aber lasst euch sagen, auch wenn vielleicht viele mir das nicht glauben werden, es ist tatsächlich so, dass es nicht 100% Interstellar Crest ist und es ist auch nicht deswegen entstanden, weil ich das so toll fand von ihm. Sondern, also, ich fand halt den Deadly Entry-Effekt und vor allem den Remote-Tech fand ich toll. Es sollte eigentlich erst eine Serie nur über Remote-Tech werden, aber, ähm, jetzt wird es halt eine Serie über Remote-Tech und Deadly Entry, weil ich finde, die passen echt gut zusammen. Und ein paar andere realistische Mods kann man vielleicht auch noch hinzufügen. Es müssen ja nicht unbedingt sogar nur Part-Mods sein. Äh, wenn ihr zum Beispiel, ich bin am überlegen, ob ich mir diesen Live-Mod-Ding, ich weiß gar nicht, wie der heißt, diesen Mod, der, äh, so Sachen einsetzt wie Live-Support und so, dass die halt nur noch so und so viel Sauerstoff in ihrer Kapsel haben und dass die damit nur so und so weit fliegen können und alles. Ob ich den mir auch noch reinhauen soll, das bin ich auch am überlegen. Das wäre auch eine interessante Sache. Auf jeden Fall, ähm, bewegen wir uns hier auf diese Küstenumgebung zu und ich will da meine ersten Science-Punkte holen. Ich mache immer wieder hier Keep-Data von verschiedenen Bereichen, wo ich überfliege. Deswegen hatte ich die Antenne dabei, denn, äh, das Ziel von dieser Rakete ist natürlich nicht zurückzukommen. Das ist einfach zu landen, dann die Antenne auszufahren und das Zeug zu übermitteln. Mir wurde auch geschrieben, dass, äh, im Vanilla-KSP die einzelnen Antennen keinen Unterschied machen, außer im Verbrauch von Strom. Weswegen es eigentlich nur sinnvoll ist, im Vanilla-KSP diese ganz kleinen Antennen dran zu bringen, denn die haben den wenigsten Stromverbrauch. Aber, ähm, diesen KSP ist es jetzt natürlich so, jetzt, um mal Remote-Tech zu erklären, Remote-Tech ändert vor allen Dingen die ganzen Satelliten. So ist es zum Beispiel so, dass diese kleinen rot-weißen Satelliten nur eine gewisse, naja, schon relativ weite Empfangsreichweite haben, aber verhältnismäßig echt klein sind. Die können nicht auf ein Target ausgerichtet werden, sie können nur in einem gewissen Umfeld von der Rakete an alle Targets senden, praktisch. Aber das ist halt echt verhältnismäßig klein und, ähm, sobald man in einem stabilen Orbit ist, wird man oft das Problem haben, dass die gar nichts mehr bringen. Hier in diesem Bereich geht's noch und ich bin irgendwie blöd gewesen, denn ich bin, ohne dass ich meine, äh, Misery Goose versendet habe, direkt ausgestiegen. Egal, ähm, wir haben, ich glaube, ich habe jetzt gerade nicht auf meinem Preview-Bildschirm geguckt. Äh, auf jeden Fall, ja, wir setzen eine Flagge. Ich weiß, das ist genauso wie bei Interstellar Quest, aber ich fand, ehrlich gesagt, diese Idee, ich meine, die ist halt jetzt nichts Neues von Scott Manny, dass man da, ähm, dass man Flaggen hinsetzen kann, wo man gelandet ist. Und, ja, ich habe mir einfach nur gedacht, es passt, da kann man eigentlich dann sehen, wo wir schön gelandet sind und so. Ich werde nachher noch einen kleinen Fehler beim Recovern machen, weswegen ein, zwei Flaggen verschwinden leider, aber nichtsdestotrotz, unser erster Flug ist erfolgreich beendet. Ja, und jetzt, ähm, zurück zu den Antennen. Die Antennen in KSP mit Remote Tech sind, hier, ich, ich mache, erste Landung recover ich und, ähm, ich dachte, das wäre das abgeflogene Teil, das andere, äh, was da, was da halt, dieser Dreck, der da abgeflogen ist, ähm, das war es aber nicht. Ich habe gerade die Flagge einfach recovert. Egal, auf jeden Fall, ähm, ja, wir haben in Remote Tech jetzt noch eine, noch andere, ganz, ganz viele andere Antennen, die natürlich auch unterschiedlich Strom fressen, aber natürlich auch, äh, unterschiedlich Reichweiten haben. Und die größeren Antennen können auch Targets bestimmen und können dann nur auf dieses eine Target hinsenden, aber dafür halt weiter. Das ist halt eine zielgerichtete Datenübertragung. Und jetzt ist natürlich das, der, das Ding, dass jede, dass wir praktisch ein Satellitnetz brauchen, um Körben herum, um alles andere herum, herum, um eine permanente Datenübertragung von Science zu haben. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, warum, kannst du auch immer landen und recoveren, dann kriegst du auch voll Science. Das ist wahr. Aber natürlich möchten wir viel Science mitnehmen. Und wir können nicht viel Science immer mitbringen, wenn wir nichts senden können, denn wenn wir zwei, dreimal um den Mond fliegen und einfach alles Science wegsenden und dann nochmal landen, kriegen wir mehr Science insgesamt zusammen, als wenn wir einfach der Meinung sind, ja, wir machen das jetzt einfach anders. Wir nehmen da jetzt einfach hier, ähm, keine Ahnung, wir nehmen da jetzt nur 20 Science mit, weil wir einmal um den Mond geflogen sind. Das ist, es bringt schon mehr. Vor allen Dingen, wenn wir dann halt auch später kleine Raumstationen haben, die Science kreieren können und alles. Und natürlich auch ist es so, dass wir zum Beispiel, ähm, eine Verbindung, äh, mit, mit dieser Verbindung, ähm, uns vorstellen könnten, dass anders, auf, auf anderem Wege die, die Raketen, die Flugzeuge keine Kommunikation haben. Ach, was weiß denn ich? Ich will es einfach machen. Ich will ein Satellitennetz aufbauen. Und ich denke, es ist ganz sinnvoll, ein Satellitennetz auch aufzubauen, ähm, eben um einfach permanent was zu versenden. Und das ist so ein bisschen meine Mission, ein gescheites Satellitennetz in diesem Ding aufzubauen und, äh, ein paar gescheite Missionen zu fliegen, auf den Mond mal zu landen, mal zu doggen, mal gucken, wo wir überall hinkommen. Mal gucken, was ihr auch dazu sagt. So, hier habe ich jetzt gerade, wie ihr gesehen habt, mein erstes Flugzeug, wenn man so will, gebaut. Ähm, es war jetzt kein richtiges Flugzeug, Es war mir ja die Idee, mit Hilfe der Flügel- und Raketenantrieb möglichst weit zu fliegen. Äh, dabei habe ich die ganze Zeit an, jetzt um mal in das Thema, worum es hier auch gehen soll, an, äh, die ersten, an die ersten Wege zu Satelliten gedacht. Ähm, ja, es ist ziemlich gecrasht hier gerade. Ja, die ersten Wege zu Satelliten, was, äh, die Satelliten ausgemacht hat, merkt euch, Moment, ganz kurz, merkt euch diese Stelle. Dieser Körben, Körbenhaut, kann an dieser Leiter stehen. Merkt euch die Stelle. Ihr werdet später sehen, dass das einmal nicht geklappt hat, und das war ziemlich scheiße. Äh, fand ich zumindest. Auf jeden Fall, ja, die Wege zu den Satelliten, wie die ersten Satelliten entstanden sind, ist eine ziemlich interessante Geschichte. äh, sehr gut erzählt in Wettlauf zum Mond, eine, äh, eine Dokumentation, die mir empfohlen wurde, von Mars auf Disaster, meine ich. Äh, in der wird erzählt, wie so, wie so dieses ganze hin und her kam zwischen Russland und Amerika mit dem, äh, Wettlauf um den Mond und alles und wie der erste Satellit Sputnik zum Beispiel entstanden ist und sowas. Ja, und das Interessante dabei ist, dass, äh, tatsächlich Satelliten, der, der, äh, Amerikaner, der die ganzen Raketen, praktisch in den Mond, also die ganzen Raketen designt hat, die dann später den ersten amerikanischen Satelliten, den Explorer 1, äh, hatten. Der Typ, der dieses Ganze gemacht hat, das war kein Amerikaner in Wirklichkeit. Er hat zum Beispiel die amerikanische Staatsbürgerschaft bekommen, war aber tatsächlich Deutscher. Ähm, und zwar von Brown heißt er. Ich würde jetzt gerne seinen gesamten Namen googeln, aber, äh, ja, wenn ich hier aus meinem, äh, Premiere-Fenster rausgehe, wird meine Videovorschau gecancelt. Das möchte ich jetzt gerade nicht. Deswegen, ähm, lasse ich das jetzt mal. Auf jeden Fall heißt er meines Wissens nach von Brown. Von ihm gibt es auch eine, äh, eine Karte auf Steam über Karte von KSP, eine KSP-Steam-Karte. Und, ja, der Name sollte, äh, ist eigentlich schon ein bisschen bekannter, so in dem ganzen Welt, Welt, unter Weltraum, Leute. Ihr werdet mich jetzt hängen, wenn der Name falsch ausgesprochen ist. Ich weiß es genau. Oder wenn ich den falschen gerade erwähne. Aber auf jeden Fall war es ein Deutscher. Und zwar, für die Leute, die das Spiel Sniper Elite V2, V2 kennen. Die V2, also die V2-Rakete war, war, vielleicht nicht die Geschichte aus Sniper Elite, aber es gab wirklich diese V2-Raketen. Die V2-Raketen waren die tödlichsten Raketen während des Zweiten Weltkrieges. Die konnten wahnsinnig weit fliegen und, ähm, hatten halt immer eine große Zerstörungskraft. Ich weiß nicht genau, mit was sie beladen waren. Äh, aber auf jeden Fall, ihre Reichweite machte sie halt schon enorm gefährlich. Und deswegen wollten die Amerikaner, als sie den Zweiten Weltkrieg gewonnen haben, haben die alles abgesucht, um den Typen, der diese Raketen designt hat, zu finden. Und ich glaube, er hat sich sogar den Amerikanern gestellt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, weil sein Ziel schon damals, als er die Raketen entwickelt hat, war, einen Satelliten zu entwickeln. Er hat schon damals an dieser Theorie gearbeitet. Und, äh, das wurde aber immer unterdrückt, denn niemand hat so richtig den Sinn hinter Satelliten gesehen. Heutzutage könnte man sich die Welt ohne Satelliten nicht mehr vorstellen. Aber damals hat niemand wirklich den Sinn davon gesehen. Und er war halt so ein Visionär, hat gesagt, ich will diese Satelliten haben. und hat deswegen, ja, angefangen, Satelliten, äh, hat angefangen, Satelliten zu planen. Ähm, wurde allerdings immer wieder unterbrochen bei seinen Arbeiten und alles, hat aber seine Pläne glücklicherweise wohl irgendwo versteckt, in einem Bergwerk oder so. Ich bin mir nicht genau sicher. Ähm, und hat die dann rausgeholt, als, äh, die Nazi-Zeit rum war und hat dann, glaub ich, also er ist auf jeden Fall zu den Amerikanern gekommen, irgendwie. Und die Amerikaner haben erst ihn ein bisschen geheim gehalten, woher er kommt. Es gab dann einen riesen Drama, als es, äh, offiziell wurde, dass praktisch ein ehemaliger Nazi, der dann auch noch tatsächlich dafür verantwortlich war, dass Kriegswaffen hergestellt wurden, denn er hat die V2 entwickelt, ähm, die ja schon ziemlich verheerend war, dass, äh, so jemand, äh, jetzt plötzlich von unserer, von dem amerikanischen, nicht unserer, dem amerikanischen Raketendienst eingesetzt wird, also von den amerikanischen Raketenbehörden benutzt wird. Und hier hab ich gedacht, ich benutze einfach mal den Abortknopf, warum nicht? Äh, ja. Auf jeden Fall der amerikanische, die Amerikaner haben das nicht so toll gefunden, natürlich. Klar, die waren ja ziemlich anti, äh, Deutschland damals, weil, klar, Nazi-Zeit, da war so ziemlich jeder gegen Deutsche. Ist ja auch verständlich in gewisser Weise. Trotzdem haben die Amerikaner gesagt, sie, äh, behalten ihn, aber er hatte lange, lange Zeit nichts zu tun. Er und seine Leute. Und jemand anders, ich bin mir nicht sicher, ob das auch jemand war aus Deutschland, ob das auch ein deutscher, ein, ein Teammitglied von ihm war oder nicht. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Müsstet ihr jetzt die Doku gucken, um das rauszufinden. Ähm, auf jeden Fall, weil auf russischer Seite gab es zur gleichen Zeit einen gleichen Mann, der ebenfalls den Traum hatte, einen Satelliten in den Weltall zu schicken. Und auch hier war es so, dass, also in beiden Fällen wollte die Regierung gar nichts von Satelliten hören. Beide wollten keine Satelliten haben, Satelliten sind doof, sie wollten nur Langstreckenraketen, die halt von Amerika nach Russland, beziehungsweise von Russland nach Amerika fliegen können. Und das war so das Ziel. Aber da das eine so enorm weite Distanz war, war das natürlich genau richtig für die Leute. Denn diese enorm weite Distanz konnten sie nur damit überbrücken, möglichst hoch, möglichst weit zu fliegen, ist ja klar. Und das ähnelt ja einen Satelliten schon sehr. Das heißt, die konnten insgeheim trotzdem weiter an ihren Traum dem Satelliten weitermachen. Und haben das auch weitergemacht und weitergemacht und weitergemacht. Und da gibt es einen enorm spannenden Wettlauf. Wie gesagt, in der Dokumentation ist das alles nochmal ein bisschen genauer beschrieben. Ich werde vielleicht in späteren Videos auch nochmal genauer drauf eingehen. Jedoch neigt sich dieses Video gerade dem Ende. Weswegen ich natürlich jetzt so ein bisschen, ähm, ja, ich werde jetzt aufhören. Sagen wir es so. Und werde, äh, dann das nächste Mal für ein bisschen weiter erzählen. Und ich werde natürlich auch versuchen, jetzt in den nächsten Folgen irgendwann mal den ersten deutschen Satelliten ansprechen, wann der gemacht wurde und welche Zwecke er hatte. Jedoch, wie gesagt, dazu möchte ich mir noch ein paar Sachen vorher aufschreiben. Wir haben auf jeden Fall in dieser Folge schon mehr erreicht, als in meinem Let's Play wir immer erreicht hatten in einer Folge. Wir sind in dieser Folge schon auf, äh, mehrere Tech-Stufen gekommen. Und ich habe diesmal so ein bisschen gesehen, von meinem Let's Play so ein bisschen mitbekommen, dass in diesem Tech-Stufe es eigentlich ziemlich sinnvoll ist, mehr oder weniger ausbalanciert das ganze Zeug zu erforschen. Hier wollte ich noch die Radio-Decoupler, aber auch irgendwie das andere Zeug. Ich wollte hier eigentlich alles, weswegen ich jetzt einfach mal, ja, ich brauche einfach alles. Gut, das war's von mir. Wir sehen uns das nächste Mal, wie wir diesen Tech-Stufe weiter erforschen. Mein Name ist Light, over and out. Das war's von mir. 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 Untertitelung des ZDF, 2020